Hallo und ein herzliches Grüß Gott aus Schloss Freiham. Ich freue mich sehr, euch heute eine kleine Schulung über unsere neue, innovative Gesichtspflegeserie, das Sonja Daily Skincare System zu geben. Sie ist für Mann und für Frau geeignet und kombiniert unsere wertvolle Allohe mit einem wissenschaftlich fortgeschrittenem Trägersystem auf Gelbasis. Aber bevor ich näher auf die einzelnen Produkte eingehe, möchte ich euch erklären, was das Besondere an dieser Gelbasis ist und wie du davon profitierst. Unser größtes Organ, die Haut, ist ja bekanntlich bei jedem Menschen anders. Speziell die Gesichtshaut hat eine ganze Reihe von Eigenschaften zu bieten. Die Wissenschaft unterscheidet hier zwischen drei generellen Hautzuständen. Trockene, Fettige und der Mischhaut. Mischhaut kann mal trocken, mal fettig, mal sowohl als auch oder auch weder noch sein. Tatsächlich haben die meisten Menschen, deren Haut keine bestimmten Probleme aufweist oder die ihre Haut gar als normal bezeichnen würden, eine Mischhaut. Eigentlich ist unsere Haut durchaus dazu imstande, ihren Fett- und Feuchtigkeitshaushalt selber zu regulieren. Dadurch, dass sie aber Stress und Umwelteinflüssen ausgesetzt ist, wird die Haut strapaziert und verliert ihr gesundes Aussehen. Deshalb freut sie sich immer über eine zusätzliche Pflege, um einfach wieder zu strahlen. Gesichtspflegeprodukte auf Gelbasis sind hierfür besonders gut geeignet, weil sie dir bereits beim Auftragen ein richtiges frische Gefühl geben. Das liegt an der Gelkonsistenz, die einer Creme aber in nichts nachsteht. Der Unterschied liegt darin, dass bei einer Creme zum Beispiel Emulgatoren hinzugefügt werden, die flüssige und feste Stoffe miteinander binden. Hierzu zählen etwa Öle und Fette. Sie verleihen dem Produkt die cremige Textur. Gele dagegen sind fettfrei und verfügen über einen besonders hohen Wasseranteil. Daraus resultiert auch die transparente Struktur, die sich auf der Haut feuchter anfühlt und schneller einzieht, ohne dabei aber einen Fettfilm zu hinterlassen. Das Sonja Daily Skincare System ist ein aufeinander abgestimmtes Hautpflegesystem mit einer hohen Konzentration an Aloe und weiteren feuchtigkeitsspendenden pflanzlichen Inhaltsstoffen. Es wurde speziell für die tägliche Pflege der Mischhaut entwickelt, die durch eine Kombination sehr unterschiedlicher und sich verändernder Hautbedürfnisse gekennzeichnet ist. Mittels einer revolutionären gelbasierten Technologie werden die wohltuenden Eigenschaften der Aloe genau dorthin transportiert, wo die Haut sie am dringendsten benötigt. Und das in einer herrlich leichten Textur, die die Haut frisch und jung erscheinen lässt. Nun möchte ich euch gerne die einzelnen Schritte unserer neuen Gesichtspflegeserie erklären. Der erste sehr wichtige Schritt beginnt mit der Verwendung des Sonja Refreshing Gel Cleanser. Du verwendest ihn morgens und abends auf Gesicht und Hals. Sorge bitte dafür, dass deine Haut immer sehr gut gereinigt und somit auch perfekt aufnahmefähig für die nachfolgende Pflege ist. Wichtig für dich zu wissen ist, dass der Cleanser über 39% unserer Forever Aloe enthält. In Verbindung mit kaltgepresstem Baobaböl liefert er der Haut Beruhigung und Feuchtigkeit. Die enthaltenen Apfelaminosäuren lassen den Gelreiniger sanft aufschäumen und reinigen Mischhaut ideal. Außerdem werden durch das im tropischen Dschungel Asiens verbreitete Akazienfrucht-Extrakt abgestorbene Hautschüppchen, Verunreinigungen und auch Make-up sanft, aber gründlich entfernt. Nach der Reinigung verwendest du im zweiten Schritt das Sonja Illuminating Gel. Es fungiert mit seinen 43% reinem Aloe Vera Gel als Serum und du verwendest es ebenfalls auf Gesicht und Hals. Mit dem Illuminating Gel gibst du deine Haut ihren natürlichen Glanz zurück. Die hier enthaltenen verkapselten Peptide entspringen modernster Hautpflegetechnologie und tragen zu einem ebenmäßigeren Gesamterscheinungsbild der Haut bei. Süßholzwurzel und eine einzigartige Altenmischung helfen, den Hautton zu harmonisieren und Altersflecken sichtbar zu reduzieren. Ebenfalls enthalten ist Rotklee-Extrakt. Es besitzt Poren verfeinernde Eigenschaften und fünf asiatische Pflanzen, die den Hautton insgesamt ausgleichen. Das Ergebnis ist ein geschmeidiger Tör und ein leuchtend, frisch-rosig-strahlendes Hautbild. Um die Regeneration der Haut in der Nacht zu unterstützen, verwendest du im dritten Schritt zwei- bis dreimal wöchentlich die Sonja Refining Gel Mask. Du trägst sie vor dem zu Bett gehen über dem Illuminating Gel auf. Während du schläfst, tragen die Inhaltsstoffe dazu bei, das Hautgleichgewicht wieder herzustellen, indem sie den Fetthaushalt regulieren, Feuchtigkeit spenden und das Erscheinungsbild des Törns neu erstrahlen lassen. Damit du optimal von deinem Schönheitsschlaf profitieren kannst, haben wir dieses Gel mit einer Vielzahl pflanzlicher Inhaltsstoffe versehen, wie zum Beispiel Karottensamenöl, Basilikumöl, Davanoöl und Sojabohnenöl. Sobald das kühlende Gel in die Haut einzieht, spürst du den Feuchtigkeitskick von 42 Prozent reichhaltiger Forever Alur. Weitere Feuchtigkeitsspender wie Apfelfrucht und Kleeblütenextrakt sind ebenfalls enthalten. Koreanischer Bambusextrakt und Süßholzwurzel sorgen für einen strahlenden Törr und eine zarte Haut. Integriere diese hervorragende Gelmaske zwei- bis dreimal pro Woche in deine Beauty-Routine und dein Hautbild wird strahlender, jünger und ausgeglichener aussehen. Last but not least haben wir noch einen richtigen Feuchtigkeitsbooster für dich. Das Sonja Sooting Gel Moisturizer ist mit seinen 38 Prozent reinem Aloe Vera Gel sowohl Tages- und Nachtcreme. Du trägst ihn morgens und abends über dem Illuminating Gel auf Gesicht und Hals auf. Oder du verwendest ihn für die extra Portion Feuchtigkeit nach dem Einsatz der Refining Gel Mask. Dieser Allround Moisturizer sieht zwar wie eine Lotion aus, aber die gelbasierte Formel zieht sofort in deine Haut ein. Neben unserer Forever Aloe sind zehn natürliche Pflanzenextrakte und Öle wie zum Beispiel Jojoba oder Olivenöl enthalten. Sie fördern die Feuchtigkeitsversorgung und Geschmeidigkeit der Haut. Zur Hautberuhigung und für einen ebenmäßigen Hautton enthält diese einzigartige Formel außerdem aus Pilzen extrahiertes Beta-Glucan. Außerdem haben wir Anti-Aging-Inhaltsstoffe wie Linolsäure und Kollagenhydrolysat hinzugefügt. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen wirken sie genau dort, wo die Haut sie am nötigsten braucht. Apfel, Granatapfel, Feige- und Maulbeerfrucht-Extrakt liefern wertvolle Unterstützung und dies sind die perfekte Pflege von Mischhaut und tragen eben so zu einem strahlend schönen Aussehen bei. Der Sonja Soothing Gel Moisturizer durchflutet deine Haut mit Feuchtigkeit ganz ohne Rückstände. Das Ergebnis ist ein frischer und rosiger Törn. Du siehst also, im Sonja Daily Skincare System ist alles enthalten, was Mischhaut ideal pflegt, ohne dabei ein schweres oder gar fettiges Gefühl zu hinterlassen. Mit dieser neuen Gesichtspflegeserie von Forever wirst du den Unterschied nicht nur sehen, sondern auch wirklich fühlen. Wie alle unsere Pflegeprodukte haben wir auch das Sonja Daily Skincare System von Institut Dermatest prüfen lassen und hier das Testurteil sehr gut erhalten. Dies garantiert dir beste Hautverträglichkeit und höchste Qualität. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß und Wohlbefinden mit den Produkten von Forever.